Ja, wir sehen schon Hansi Flick im Hintergrund. Was denkst du denn von der deutschen Nationalmannschaft, Paul? Ich glaube, dass sie ein super Turnier spielen werden. Wir werden überrascht sein, wie weit sie dann im Endeffekt kommen und ich glaube nicht an ein frühes Aus. Ja, danke Paul für deine Meinung und wir schauen rüber zu Paul. Was gibt es denn so im Netz? Ja, nix. Gut, danke Paul und damit ab in die Werbung.